Hallo und herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer und heute stelle ich dir mal die Adduktorengruppe vor und gebe dir ein paar Tipps und Tricks, wie du dir die besser lernen kannst und besser merken kannst, besser einprägen kannst und gebe ein paar praxisnahe Tipps, was noch fürs Training wichtig ist. Also fangen wir gleich mal an, alle Adduktoren entspringen hier eigentlich an dem Schambein hier oben, das sieht man hier ganz schön, ja genau hier entspringen die oben, hier der Adduktor Longus, da ganz oben ist natürlich der Pektigineus, das ist der kleinste von der 5-Adduktorengruppe, also es gibt 5 Adduktoren, es gibt natürlich noch mehr, aber diese 5 sind für die B-Dizenzprüfung relevant. Der Pektineus, danach kommt der Adduktor Brevis, also Brevis heißt kurz auf Latein, dann kommt hier der Adduktor Longus, das ist Adduktor Longus als lang auf Latein, dann haben wir noch den Adduktor Magnus, der entspringt hier ein bisschen weiter hinten und dann haben wir noch den Grazilis und beim Grazilis ist die Besonderheit, dass er jetzt hier nicht wie die anderen alle an der Innenseite des Oberschenkelknochens ansetzt, sondern hier unten am Schienenbein, das heißt er wirkt auch noch mit aufs Kniegelenk, das heißt alle Muskeln der Adduktorengruppe sind eigentlich nur eingelenkig, weil sie bloß aufs Hüftgelenk wirken, aber der Grazilis ist zweigelenkig, wirkt mit aufs Hüftgelenk und aufs Kniegelenk. Was hier für die Trainingspraxis auch noch interessant ist, ist zum Beispiel, dass wenn die Adduktoren wie bei vielen Leuten häufig verkürzt sind wieder und sie Kniebeugen lernen wollen, dann ziehen die verkürzten Adduktoren meistens die Knie nach innen, ja und das wollen wir ja nicht, wir wollen die Knie bei den Kniebeugen immer nach außen schieben, in Verlängerung der Fußspitze und wenn aber die Adduktoren zu kurz sind, werden die Knie immer nach innen gezogen und das wollen wir nicht, also müssten wir da auch dann wieder die Adduktorenmuskulatur stärken, kräftigen und dehnen natürlich auch, damit die flexibel genug werden. Und die Funktion ist natürlich ganz klar die Adduktion des Beines, also das Heranführen des Beines, aber je nach Lage können die Adduktoren auch noch an der Hüftextension und Hüftflexion beteiligt sein und auch an der Innen- und Außenrotation des Oberschenkelknochens. Und gerade zum Beispiel bei den Lowbar-Kniebeugen, also bei Lowbar-Squats, sind die Adduktorengruppen als Hüftextension, also als Hüftstrecker stark mit dabei und das können wir hier hinten nochmal an einem kleinen Beispiel sehen, dass sich zum Beispiel die Beinbeuger, die Beinbeuge, die ischio-chorale Muskulatur, nicht gerade weit weg ist von der Adduktorengruppe, ja. Zum Beispiel hier ist der Adduktor Magnus, der entspringt hier ein bisschen weiter hinten, hier vorne der Grazilis Magnus und hier direkt hier daneben fängt schon der Semi-Tendinosus und der Semi-Membranosus an, ja. Also das ist alles hier so ganz kleine Muskelstränge, die hier immer so runterlaufen und ziemlich nah beieinander liegen und deswegen eben auch bei der Kniebeuge die Adduktoren immer als Hüftextensoren mit dabei. Ja, dann kommen wir mal hier zur Körperübung, also hier muss man sich einfach hinlegen und das untere Bein einfach zum Oberkörper oder nach oben adduzieren, das ist jetzt nicht meine Lieblingsübung, tue ich mir auch immer ein bisschen schwer, wenn ich hellig bin, weil es ziemlich bescheuert auch aussieht, aber so wollen sie es halt haben bei der Prüfung und so ist eben eine isolierte Adduktorenübung, ja. Kniebeugen wären ja auch noch eine Möglichkeit. Hier nochmal am Seilzug das Ganze, nochmal ein bisschen intensiver, ihr müsst euch oben festhalten, sonst fallt ihr um, das wäre auch zwar ganz lustig, aber ist vielleicht nichts für die Prüfung momentan. Und als letztes haben wir hier noch die Dehnungsübung für die Adduktorengruppe, jetzt wird hier mein rechtes Bein, also von euch aus gesehen links, schön die Adduktorengruppe gedehnt, genau. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du auf jeden Fall bitte mal ein Like da lassen und erzähl auf jeden Fall deinen Trainerkollegen von meinen Videos, ob sie dir geholfen haben oder nicht. Wenn du interessiert bist an einem Muskelkatalog, dann klicke mal hier rechts oben, da habe ich dir alle Muskeln nochmal komplett zusammengefasst und damit kannst du ziemlich leicht lernen und dich für die Prüfung perfekt vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Karriere als Fitnesstrainer und ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal, Karriere alsض recovering. Bis zum nächsten Mal, Karriere als Fitnesstrainer,Cs